Heute haue ich einfach mal ein paar Themen querbeet in das Video rein, die in erster Linie nichts miteinander zu tun haben. Auf den zweiten Blick, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, könnte da dann schon eine Verbindung da sein. Aber, naja, der Tagesschau-Michel-Sternchen-In, der tut sich bei solchen Verbindungen immer ein bisschen schwer. Aber vielleicht denkt er ja auch mal ein bisschen mehr nach, wenn er solche Dinge sieht, die er eben in der Tagesschau nicht zu sehen bekommt. Und von dem her, lassen wir uns mal überraschen, weil ich habe ja immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der ein oder andere irgendwann mal auch checkt, dass er eigentlich nach Strich und Faden verarscht wird, oder? Viel Spaß! Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Söder, okay? Aber bevor ich das eigentliche Video einspiele, um das es mir geht, ein kleiner Reminder, wie der Söder so die letzten Jahre während dem großen C so drauf war, okay? Weil das ist ganz schön wichtig, wenn man das zweite Video dann sieht. Enjoy! Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass der Prozess des Impfens länger gehen muss, mehrfach gehen muss, auch mehrere Jahre gehen muss, um tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also keiner darf jetzt glauben, zweimal gepixt und das war's schon. Mein Eindruck ist auch, dass in der deutschen Politik NGOs wichtiger sind als gestandene Fachleute. Greenpeace und Attac hatten noch nie so viel Macht in Deutschland wie derzeit. Sie steuern und bestimmen die deutsche Außenpolitik und die deutsche Wirtschaftspolitik. Ob das am Ende zum Erfolg führt, ist mehr als fraglich. Dieser ganze Vogue, die ganze Vokeness, diese Vogue-Wolke, die es zwar nicht schafft, den weiß-blauen Himmel zu verdunkeln, aber so ein bisschen durch Deutschland zieht, verunsichert die Menschen. Aber warum habe ich euch jetzt eigentlich beide Videos gezeigt von Söder? Das erste Video, während dem großen C aufgenommen, als er noch ganz andere Töne gespuckt hat. Ihr wisst doch, damals ging es darum, dass man nur die Freiheit zurückbekommt, wenn man das da macht. Da war doch was, Herr Söder, oder? Können Sie sich noch dran erinnern? Wenn nicht, dann schauen Sie einfach meine Videos, weil ich kann mich dran erinnern. Und ich zeige es auch gerne immer wieder, weil Internet vergisst nicht und ich auch nicht. Auch wenn es ganz viele Tagesschau-Miches-Sternchen-Innen-Eventuren. Aber ich erinnere Sie immer gerne zurück, dass damals eben noch andere Töne gespuckt wurden von Ihnen. Das zweite Video, das ist ein aktuelles Video von Söder. Und man könnte schon meinen, das spricht ein anderer Politiker. Kann das sein? Weil nun redet er über Dinge, die die Bevölkerung wirklich trifft und die die Bevölkerung auch bewegt. Nämlich, dass man merkt, dass man von irgendwelchen Regierenden regiert wird, die eigentlich nur eins im Sinne haben, uns ihre Ideologie aufzuzwingen, oder? Und der Herr Söder hat auch gemerkt, dass die Leute keine Lust mehr darauf haben. Dass die Leute das immer mehr durchschauen. Selbst der Tagesschau-Michel, Sternchen-Innen, fängt mittlerweile an, ein bisschen nachzudenken und sich zu überlegen, kann das eigentlich alles sein, was man uns so erzählt tagtäglich? Und der liebe Herr Söder hat ja auch gesagt, dass die NGOs mittlerweile mehr Macht besitzen als die Politiker. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, Herr Söder, Wie viel Macht hatten Sie eigentlich damals während dem großen C? Waren das wirklich Sie? Weil mittlerweile spuken Sie ja auch ganz andere Töne, wenn es um das große C geht. Wurden Sie damals auch fremdbestimmt? Kann das sein? Vielleicht von der Pharmaindustrie? Könnte man ja meinen, oder? Weil woher kommt dieser Sinneswandel? Also wenn Sie schon mit dem Finger auf die Woken zeigen und auf Berlin zeigen, dann fangen Sie doch einfach mal bei sich an und packen wirklich aus, was eigentlich Sache ist. Nämlich, dass Sie auch fremdbestimmt sind. Dass Sie als Politiker auch nicht wirklich Macht haben und das tun müssen, was man eben von Ihnen verlangt. Sie sind eigentlich auch eine Marionette, oder? Das andere Thema, auf das ich jetzt eingehen möchte und das in erster Linie erstmal nichts mit diesem Woken zu tun hat und auch nicht mit dem großen C und auch nicht mit dem Herr Söder, aber doch eben wichtig ist, weil es eben aktuell ist, Thema Russland-Ukraine und Thema Waffenlieferungen. Das offizielle Narrativ lautet ja, Russland ist ein Terrorstaat, Putin ist ein ganz böser Diktator und wir müssen alles dafür tun, um der Ukraine zu helfen. Deswegen spenden wir Milliarden an Euros von unseren Steuergeldern und natürlich auch Waffen, denn mittlerweile heißt der Slogan Frieden schaffen mit Waffen. So sieht es doch aus, oder? Da war doch was. Bundeskanzler Scholz wird ja mittlerweile sogar als Panzerkanzler betitelt. Nachdem er sich bereit erklärt hat, in die Ukraine Schützenpanzer zu liefern, die Marder, ihr wisst schon. Nach den Gesprächen mit Biden, die auch Panzer liefern in die Ukraine und nachdem Frankreich auch bestätigt hat, Panzer, also Kampfpanzer sogar in die Ukraine zu liefern, konnte Scholz eben nicht mehr anders, oder? Von den einen gefeiert, von den anderen, naja, nicht wirklich, denn der Hofreiter, der will sogar Kampfpanzer in die Ukraine schicken, weil die Schützenpanzer, die sind ja nur da, um die Ukrainer zu schützen, für die richtige Zerstörung. Ihr wisst schon, für den wahren Frieden, da müssen dann eben auch richtige Waffen eingesetzt werden, zum Beispiel eine Leopardin oder Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann. Wie sieht es eigentlich aus? Sieht man sie dann auch mal an erster Front, also in diesen Panzern, um endlich mal Frieden zu schaffen? Oder sind sie nur diejenigen, die diese Kampfpanzer fordern, aber eben schön zu Hause sitzen und zuschauen, wie andere Menschen dann sterben mit ihren Panzern, die sie dorthin schicken, in das Gefecht, in die Kriegszone? Ich weiß ja nicht, aber können sie da eigentlich mit ihren Gewissen leben, wenn sie solche Dinge fordern? Überbringen dann eigentlich auch sie die Todesnachrichten an die betroffenen Familien, wenn wegen ihren Waffen, die angeblich Frieden schaffen, Menschen gestorben sind? Oder sind sie nur an diesen Posten und bringen diese Aussagen, weil eben höhere Mächte das von ihnen verlangen? Ich erinnere zurück an Söder, eben Greenpeace, NGOs, vielleicht sind es in dem Fall die Waffenlobbys, die von ihnen diese Worte verlangen und sie haben eben kein Gewissen und deswegen sind sie genau da, wo sie sind, um eben diese Dinge zu verlangen, weil ich, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Bleiben wir mal bei den Waffenlieferungen. Hat eigentlich schon jemand von euch von diesem Land Lease Act aus den USA gehört? Nein? Warum berichtet davon nicht die Tagesschau? Sollen wir uns das mal anschauen? Machen wir doch mal, oder? Es geht um den sogenannten Land Lease Act, mit dessen Hilfe die USA bereits im Zweiten Weltkrieg ihre Verbündeten mit Waffen versorgten. Das Kriegsgerät, das die USA der Ukraine gegen Russland zur Verfügung stellen, ist nämlich keine gute Gabe unter Freundinnen, sondern knallhartes Geschäft. Die Waffen werden von der Ukraine geleast, die deshalb monatliche Zahlungen an die USA leisten muss. Damit die Ukraine auch pünktlich die Leasingraten an die US-Partner überweisen kann, muss jetzt schnell Geld aus der EU fließen. Im Gegensatz zur Arbeiterklasse funktioniert Solidarität bei den Imperialisten ausschließlich über den Geldbeutel. Interessant, oder? Erinnert sich jemand an den Besuch von Zelensky im Weißen Haus, als Biden gesagt hat, wir tun alles, um die Ukraine zu unterstützen? Koste es, was es wolle? Würde ich auch sagen, wenn ich der Herr Biden wäre und die Kosten gar nicht selber tragen würde, sondern sogar noch profitieren würde. Wir sind der Zahlemann. Du? Ich? Vor allem der Tagesschau-Michel, Sternchen innen, der das so toll abnickt und sagt, klar, wir müssen doch die Waffen liefern, wir sind ja solidarisch. Das sind dann so Themen, die die Bevölkerung eigentlich wissen sollte, denn die Bevölkerung zahlt für diesen Spaß, aber genau solche Themen, die verschweigt man der Bevölkerung. Tja, warum denn wohl? Vielleicht, weil sonst das ganze Narrativ in Schwanken geraten würde? Könnte das sein, dass die Solidarität dann doch nicht mehr so groß wäre im Land, in der EU, weil wir den Zahlemann spielen und die USA eben der Profiteur sind, wie immer? Könnte man ja mal drüber nachdenken, oder? Und jetzt, meine Freunde, lasst uns doch mal kurz über diese Silvesternacht reden. Ihr wisst schon, da waren doch diese Randale, für die in erster Linie die Migranten verantwortlich waren. Habe ich Migranten gesagt? Ich meine natürlich die Westasiaten. Wegen diesen Ereignissen an Silvester hat die Frau Felser übrigens das erste Mal negativ über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Tja, man musste das Kind dann doch mal beim Namen nennen, oder? Das Offensichtliche konnte man eben nicht mehr verschweigen. Selbst der Tagesschau-Michel Sternchenin hat gemerkt, dass hier irgendetwas im Busch ist und dass das offizielle Narrativ wohl doch nicht mehr so stimmt. Obwohl sie uns ja immer noch weismachen wollen, dass der Klimawandel schuld ist, weil eben erhöhte Temperaturen geherrscht haben. Oder TikTok wäre schuld, habe ich gelesen, weil man sich da irgendwie versammelt hat und den Polizisten eben eins auswischen wollte. Und was habe ich noch gelesen? Und deswegen wegen der 2-Jahre-Pandemie, weil man da eben nicht feiern durfte, hat man das eben dann an Silvester 2022 nachgeholt. Aber worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Tja, die liebe Frau Faeser, die hat Konsequenzen gefordert. Wegen dieser Silvesternacht, wegen diesen Migranten, pardon, West-Asiaten, die sich eben nicht unter Kontrolle haben. Und was hat sie gefordert? Sie will jetzt ein verschärftes Waffenrecht. Wir lernen, Leute, Waffen in Deutschland sind böse, deswegen fordert die Frau Faeser ein verschärftes Waffenrecht. Aber in der Ukraine, da schaffen diese Waffen Frieden. Klingt logisch? Nein? Aber für den Tagesschau-Michel-Sternchen-Inschauen. Deswegen einfach abnicken, nicht darüber nachdenken. Und ja, ich weiß, die Woken wieder. Ja, wie kannst du denn das eine mit dem anderen vergleichen? Das sind Äpfel und Birnen. Ist das so? Also ich sehe das ein bisschen anders. Das ist einfach wieder Verarsche, aber ihr fallt alle drauf rein. Das ist meine Meinung dazu. Eine weitere Konsequenz für diese Silvesternacht. Also ihr erinnert euch, als die Migranten, pardon, die West-Asiaten, Randale gemacht haben, in Berlin, und sämtlichen anderen Großstädten im Regenburgenland. Pardon, Deutschland. Ich will es ja nicht übertreiben. Ihr wisst ja, mein Sarkasmus und so. Also, was will jetzt das Innenministerium? Sie will die Einbürgerung erleichtern und die Optionspflicht komplett abschaffen. Das ist doch geil, oder? So direkt nach der Silvesternacht, nach den Randalen, nachdem bekannt wurde, dass West-Asiaten eben für Randale gesorgt haben. Ist das doch eine tolle Konsequenz, oder? Oder nicht? Ihr könnt euch diesbezüglich ja einfach mal in das Einwanderungsgesetz einlesen, welches die Frau Faeser unbedingt verabschieden will und welche Punkte dieses Gesetz eben beinhaltet. Ich sag's mal frei schnauze raus, und das ist meine Meinung. Es wird die Probleme eher vergrößern als verkleinern, bezüglich Migrationsprobleme, bezüglich diesen ganzen Randalen, bezüglich dem ganzen Thema Integration, dass wir es nicht mal hingekriegt haben, die Menschen, die jetzt da sind, zu integrieren. Und mit diesem neuen Einwanderungsgesetz ist es eben noch leichter für Menschen, hier in das Land zu kommen. Und meiner Meinung nach, das Ganze wird definitiv noch eskalieren, wenn wir so weitermachen. Aber wisst ihr, auch hierfür haben die Politiker aus diesem Besten Deutschland aller Zeiten eine Erklärung. Ich zitiere eine Grünen-Politikerin. Passt mal gut auf. Grünen-Politikerin Jarasch, das ist die nächste Berliner Generation. Grünen-Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sorgte mit einer Aussage im RBB-Hörfunk für Aufsehen. Hört mal genau zu. Man könne die Debatte nicht auf den Migrationshintergrund von Tätern verengern. So die Grünen-Politikerin. So Jarasch. Und weiter. Die nächste Berliner Generation hat überwiegend Migrationshintergrund. Daran sollten sich alle mal gewöhnen. Tja, dann gewöhnen wir uns einfach mal alle an Silvester 2022, oder? So, jetzt sind wir durch und ich bedanke mich erstmal bei allen, die dieses Video bis zum Ende geschaut haben. Heute offiziell nur bei YouTube, weil A, Video ist zu lang für die anderen Plattformen und B, will ich hier einfach ein bisschen meine Reichweite pushen. Warum? Tja, Kenze Kaltzer lässt grüßen. In dieser heutigen Zeit kann man einfach sehr schnell weg vom Fenster sein und da würde ich doch einfach gerne bei mehreren Plattformen präsent sein und würde mich umso mehr freuen, wenn eben die Menschen, die mir auf TikTok folgen, auch auf YouTube folgen und andersherum. Weil eigentlich sind doch alle überall präsent, oder? Des Weiteren schickt dieses Video doch einfach mal einem Tagesschau-Michel-Sternchen in, damit er eben zu seinem offiziellen Narrativ auch mal andere Gedanken bekommt und vielleicht mal seine Ideologie ein bisschen hinterfragt und nicht mehr ganz so geframed ist, wie davor, wenn er eben nur die Tagesschau angeschaut hat. Und ansonsten würde ich alle Abonnenten hier mal bitten, die Glocke zu abonnieren. Eigentlich wollte ich das nie sagen, weil, naja, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist so dieses YouTube-Slang-Ding, das ich eigentlich vermeiden will. Aber ich habe mittlerweile über 3.500 Abonnenten hier, aber meine Videos werden in der Regel nur 100 bis 200 Mal angeklickt. Und da frage ich mich dann schon, woran liegt das? Warum abonniert ihr hier diesen Channel, wenn ihr dann meine Videos nicht schaut? Kriegt ihr diese Videos nicht angezeigt? Oder was ist das Problem? Verstehe ich nicht. Schreibt es dann bitte in die Kommentare, woran das liegt, warum ich hier immer nur so wenige Klickzahl habe, obwohl ich eigentlich so viele Abonnenten habe, also in Anführungszeichen. Also das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Deswegen tut mir den Gefallen, abonniert die Glocke und schaut hier bitte auch meine Videos an. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Peace.